moin moin und ganz herzlich willkommen zurück zum tutorial für ksp und ich habe leider vergessen unsere lieben körpernauten die wir im moon orbit gelassen hatten für stocking zurückzuholen deshalb habe ich das am anfang des videos jetzt einfach mal schnell zusammengefasst um euch einmal abzuholen und in dem sinne dann auch die körper abzuholen und zurück nach hause zu bringen bevor wir uns auf den weg nach minmus machen definitiv mein fehler habe ich überhaupt nicht über nachgedacht total vergessen also ich habe die ganzen beiden vessels entkoppelt und im prinzip schieße ich jetzt einfach mit zwei aufeinander folgenden umlaufbahnen beide also jebediah und valentina zurück nach kürben und was da passiert ist eigentlich genau das gleiche wie von den anderen moon flügen das heißt ein sauberer wiedereintritt auf einer höhe von ungefähr 35 kilometer getimt und dann klappt das eigentlich auch direkt vom moon aus ich nutze den rest treibstoff noch um ein bisschen abzubremsen und dann geht als erstes jebediah runter weil er schlicht und ergreifend als erstes da war wenn ihr zwei vessels gleichzeitig irgendwo hinfliegt dann könnt ihr das ganz gut lösen indem ihr zum beispiel sagt ich habe es so gemacht dass ich erst valentina rausgeschossen habe in richtung kürben und dann jebediah eine umlaufbahn später hinterher jebediah war ein bisschen eher da hatten etwas günstigeren kurs erwischt aber letzten endes sind beide angekommen so und jetzt sehen wir gleich noch den letzten part der landung alles ganz normal wie es aus den anderen videos kennt und dann machen wir uns gleich mal auf den weg in richtung minmus mit unserer rakete nachdem wir auch die valentina in einem stück aus dem wasser gefischt haben und mit den science punkten weitermachen können sondern nachdem wir die kürbels jetzt doch noch aus dem moon orbit zurückgeholt haben absolut mein fehler gehen wir in die fahrzeughalle und ihr hattet im letzten video die möglichkeit abzustimmen wie es dann eigentlich aussieht wollen wir den dlc content mit benutzen in dem tutorial oder nicht es gab eine relativ deutliche tendenz mit 74 prozent waren es glaube ich oder sogar 76 also auf jeden fall über 70 prozent die sagen jawohl benutzt den dlc content mit in den tutorials ich werde dlc content immer explizit versuchen anzusprechen wenn mir bewusst dass das dlc content ist wenn ich mal aus versehen in die falsche zaubertüte greife dann seid mir bitte nicht böse der minmus länder ist aus der letzten folge der ist komplett stock stock ohne ohne irgendwie dlc content drauf zu bauen ich werde jetzt aber für den dlc content noch was anbauen das heißt was jetzt dazu kommt dass es aus dem breaking ground dlc und macht diese bodenexperimente und ich würde mal gucken und dass wir das hier mit reinbauen und zwar nehme ich die batterie mit raus und setzt die antenne ein bisschen rüber dass wir platz haben und dann gehen wir in die kategorie ladung und ich nehme das lagermodul seq3 noch mit das packe ich hier rein ich habe das vorher schon mal überprüft das geht dass die tür noch zu geht dann haben wir hier drei inventar felder und ich habe im moment auch nur drei experimente nämlich einmal also experimente nicht mal in dem sinne eigentlich sogar nur ein experiment wir haben einmal die überwachungsstation einmal klicken einmal ablegen wir haben einmal strom das photovoltaik modul das brauchen wir natürlich ohne das passiert nicht besonders viel und wir haben einmal den schleim mit am start dass das experiment was nachher wissenschaftspunkte liefert das habe ich jetzt alles hier rein gepackt und mache jetzt hier noch nicht die tür müssen wir kurz noch offen lassen denn wir sind einmal auf die andere seite wir wollen die batterie gerne noch mitnehmen da muss jetzt hier einmal die experimente ein bisschen umsortieren das alles ein bisschen straffen damit die batterie auch noch ein passt aber es sollte eigentlich platzmäßig kein problem sein so haben wir die möglichkeit da überall daran zu arbeiten und um sich das leben etwas zu erleichtern kann man jetzt und das mache ich auch das ist natürlich kein dlc content man kann leitern anbringen das haben wir hier vorne schon getan und das kann man natürlich auch für diese geschichten hier tun und ich würde sagen wir machen das auch einfach mal und zwar so hoch wie es irgendwie geht ohne schieben zu müssen weil dann kann man ran krabbeln und wir haben noch eine ganz gute möglichkeit wenn ich die jetzt mal ausfahre kommen wir nämlich auch bis zum boden runter und können an beiden seiten sowohl an diesen container als auch an diese experimente auch über die leiter rankommen dann mache ich die türen hier wieder zu so und jetzt gucken wir doch mal wen wir eigentlich mitnehmen letzten endes dafür ich würde den piloten mitnehmen damit wir auf jeden fall sicherstellen dass das ding immer gut gesteuert wird und jetzt gibt es halt die auswahlmöglichkeit zwischen dem techniker und dem wissenschaftler und die ist ein bisschen tricky wenn ihr nicht mit drei leuten fliegt techniker sorgen beim aufbau dafür dass zum beispiel diese photovoltaik module effizienter arbeiten also mehr strom liefern während wissenschaftler dafür sorgen dass das experiment mehr wissenschaftspunkte liefert schwierig ich würde persönlich jetzt dazu tendieren den bob mitzunehmen als wissenschaftler und den bill erstmal zu hause zu lassen wenn wir das nächste mal fliegen fliegen wir dann einfach mit drei leuten jetzt haben wir die rakete schon für zwei fertig gebaut und arbeiten einfach damit gut dann hätte ich gesagt lasst uns losfliegen in richtung minmus minmus ist sehr ähnlich zu einer moon landung im endeffekt sogar ein bisschen einfacher was den lande aspekt angeht aber es hat ein paar andere implikationen beim rüberfliegen nach minmus weil minmus nicht exakt auf der äquatorial ebene von von körben läuft sondern eine inclination hat das heißt wir haben ein kleines zusätzliches manöver um sauberen anflug zu starten und das gucken uns jetzt mal an der anfang ist allerdings erst mal relativ simpel wir gehen mit dem was wir sonst immer so treiben erst mal ganz normal in ein orbit um körben hoch man kann sich auch direkt in den passenden orbit schieben aber mein vorschlag dafür ist eigentlich immer versucht über ein park orbit zu gehen tut euch den gefallen euch da nicht mit zu überfordern was wie ihr die manöver planen müsst und guckt dass ihr einfach erstmal in sauberen äquatorial park orbit geht und dann machen wir die inklinations anpassung so in diesem sinne los geht's ganz normaler start wir pitchen wieder rüber auf die 90 grad also auf den 90 grad in richtung osten langsam auf die 45 grad zu auch hier wieder das ziel sollte immer so sein auf ungefähr zehn kilometer höhe ungefähr 45 grad pitch hinzubekommen und ich mache dafür wie gesagt immer gerne diesen kleinen tick und wenn ich bei 120 meter pro sekunde bin gebe ich ihm den prograde beziehungsweise rechtläufig button mit die rakete läuft jetzt erstmal sauber durch mit den bussern sobald das soweit ist werde ich die wegstagen wenn ihr das gefühl habt dass die rakete zu schnell wird das erkennt ihr daran dass sie erst so überschalleffekte bekommt die seht ihr jetzt und irgendwann fängt die auch mal an zu glühen wenn das der fall ist könnt ihr natürlich den schub unternehmen mit steuerung damit eure rakete nicht irgendwann verbrennt das ist nicht sinn und zweck der ganzen geschichte da irgendwie sich auf dem abflug schon zu zerlegen behaltet hier die apos im auge wenn ihr zu steil geht könnt ihr da ein bisschen was tun jetzt stagen wir erstmal die booster weg und ich bin jetzt relativ steil rausgekommen gehe jetzt also händisch ran an den kurs und mache ihn ein bisschen flacher da müsst ihr mal ein bisschen aufpassen dass ihr nicht zu weit von dem gelben kreis weg geht während ihr noch in der atmosphäre seid oder in der dichteren atmosphäre weil sonst flippt euch irgendwann die rakete rum sobald ihr euch den 30 kilometer nährt wird es deutlich entspannter also ihr seht ja hier auch mit den anzeiger für die dichte der atmosphäre ab einer gewissen höhe ist es relativ egal also wir haben jetzt schon eine apos von 55 kilometer das heißt ich pitche jetzt sehr aggressiv rum und gehe direkt auf dem hochgezont denn höhe brauchen wir wirklich nicht mehr wir brauchen nur noch einen haufen geschwindigkeit und die wollen wir uns jetzt natürlich auch noch holen und jetzt entscheide ich auch schon okay ich bin schon relativ hoch ich ziehe jetzt das fairing öffnen eine eine stage runter so dass ich direkt nach dieser stage schon das fairing aufmache da wir so weit aus der atmosphäre raus sind das aerodynamik tatsächlich nicht mehr unser hauptsächliches problem ist und wir das gewicht dieser verkleidung halt einfach einsparen wollen so wir haben noch 200 und ein paar gequetschte delta v und nähern uns hier auch langsam dem weltall mit der apo absis also wir sind jetzt bei knapp 60 kilometer höhe umlaufbahn geschwindigkeit ist auch schon 1200 meter sind auch da also ganz gut unterwegs und jetzt nutze ich einfach diesen moment zwischen den stages nutze ich jetzt einfach ums fairing aufzumachen und stage dann rüber auf die nächste stufe und mit einer eleganten explosion das zwischenteil noch weg explodieren lassen und jetzt sind wir unterwegs in richtung orbit wir haben jetzt unglaublich viele delta v auf dieser stufe das ist eine relativ simple gute und einfache rakete ähm weil wir uns jetzt nicht viele sorgen darüber machen müssen mit welcher stage fliegen wir jetzt was wir werden mit dieser stage ähm sowohl die ein bisschen viel gequatscht wenn euch das hier passiert und ihr habt schon geschwindigkeit dann pitscht einfach ein bisschen hoch und beobachtet diesen kleinen zeiger hier wenn ihr seht der kommt wieder nach oben dann ist alles langsam wieder gut äh das ist nicht so ganz wild braucht einfach nur ein bisschen mehr pitch das ist nicht ganz treibstoff effizient aber es ist kein weltuntergang so wenn ihr seht der kommt wieder hoch dann könnt ihr wieder ein bisschen flacher gehen der wichtige punkt es geht nicht zu tief in die atmosphäre wieder rein und holt euch die geschwindigkeit falls sowas mal passiert alles kein weltuntergang so ich bleibe jetzt ganz leicht positiv gepitcht mit diesen 10 grad dadurch sack ich jetzt noch mal ab aber mit zunehmender geschwindigkeit wird mich das wieder hochziehen also alles ist gleich ganz gut wieder ähm weil wir schon schnell genug sind dass das kein problem mehr darstellt was passieren kann ist dass ihr in der hohen atmosphäre dann natürlich gewisse äh hitzeeffekte am raumschiff bekommt wenn ihr zu schnell durch die atmosphäre fliegt aber wir sind schon so weit oben dass das kein problem mehr ist weil wir uns eben schon knapp auf den 60 kilometer befinden ihr seht wir drehen jetzt wieder ins positive jetzt kann ich auch langsam wieder die nase ein bisschen runter nehmen und jetzt tragen wir uns einfach in den orbit hoch wie gesagt ist alles kein problem einfach dann ruhe bewahren normalerweise habt ihr wenn ihr nicht eine ganz schwache oberstufe gebaut habt immer genug zeit solche sachen noch auszu äh tarieren oder gerade zu ziehen und wenn es doch mal schief geht dann halt entsprechend zurück auf anfangen und einfach noch mal probieren so wir sind jetzt schon bei 116 kilometer apoapsis die zieht es jetzt noch ein bisschen runter weil wir natürlich gerade durch die atmosphäre fliegen also wenn wir uns das mal angucken wir gehen jetzt gerade sehr flach raus da drüben wäre unsere apoapsis weil wir natürlich nur ganz ganz langsam steigen ähm und eben durch genau diesen effekt ich mache jetzt mal ein zeitraffer an zieht es die apoapsis natürlich durch den luftwiderstand obwohl er sehr gering ist noch ein bisschen runter das ist übrigens auch der effekt was mit äh satelliten in niedrigen erdumlaufbahnen passiert ähm wenn die irgendwann mal nicht mehr steuerbar sind das geht so bis drei vier fünfhundert kilometer hoch funktioniert das auch ganz gut auch die iss ist davon betroffen das ist dieser atmosphärische drag der bei ksp sehr exakt bei 70 kilometer aufhört der hört natürlich im echten leben nicht einfach so an der willkürlich gezogenen grenze auf sondern genau das was wir jetzt hier erfahren dass unser orbit degraded ist der fachbegriff also kleiner wird und wir irgendwann in die atmosphäre zurückstürzen würden ähm dem sind auch äh echte raumgefährte bis zu einer bestimmten höhe deutlich ausgesetzt ähm so dass äh sie regelmäßig wieder dafür sorgen müssen geschwindigkeit aufzunehmen so wir sind jetzt raus aus der atmosphäre also jetzt das ist jetzt der ich sag mal ksp spezifische teil ähm wo einfach plötzlich ende ist mit atmosphäre und was ich jetzt mache ich gehe jetzt einfach bis an die apoapsis das könnt ihr mit den zeitraffer tasten also punkt und kommen machen oder ihr könnt natürlich auch jederzeit auf einen teil eures kurses drücken und dort also mit der linken maustaste klicken und dann hier hin vorspulen und dann fliegt euer raumschiff da auch im zeitraffer hin und der zeitraffer beendet sich dann automatisch an dem punkt wo ihr hingeklickt habt wir sind jetzt auf rechtläufig oder prograde je nachdem ob ihr auf deutsch oder englisch spielt äh angekommen und was ich jetzt mache ist nur noch mal ganz kurzen schub geben mit z beziehungsweise y je nach tastaturauslösung äh auslegung und gucken dass wir hier über die 70 km kommen 85 ist total safe macht nicht glatt 70 oder 71 km weil wir haben gleich noch ein paar kurskorrekturen und werden auch noch einen längeren burn dann haben das kann dazu führen dass sonst eure kurse wieder in die atmosphäre zurückfallen so jetzt müssen wir ein bisschen weiter raus kommen zum moon wollen wir diesmal nicht wir wollen diesmal nach minmus fliegen und eine sache die mir jetzt gerade einfällt die ihr dann auch mal kontrollieren solltet habt ihr eure missionen angenommen weil jetzt wäre noch der letzte zeitpunkt oder natürlich bis bevor er auf minmus ankommt aber kontrolliert immer noch mal ob ihr die angenommen hat gerade wenn ihr länger an der rakete rum gebastelt habt das sieht hier gut aus so jetzt haben wir zwei dinge die kennt ihr schon vielleicht ein stück weit von den rand vu geschichten nämlich den absteigenden und den aufsteigenden knoten das sind die stellen an denen unsere umlaufbahn also unsere umlaufbahn und die umlaufbahn von minmus weichen voneinander ab das seht ihr schon also unsere umlaufbahn ist am äquator entlang hier blau markiert die von minmus minmus wenn wir das jetzt mal übereinander bringen hat so eine neigung drin die ihr hier seht und die müssen wir jetzt natürlich ja in irgendeiner form ausgleichen denn wir schneiden uns nur an zwei punkten und das ist der aufsteigende und absteigende knoten wenn ihr da der gestrichelten linie folgt da treffen wir genau den orbit von minmus an dieser stelle haben wir jetzt aber auch die ideale möglichkeit das auszugleichen und das können wir folgendermaßen tun am einfachsten finde ich persönlich immer auf der gegenüberliegenden seite also wir sind jetzt hier also werde ich mein manöver gleich hier machen es macht ja total sinn jetzt nicht noch eine runde rumzufahren rechtsklick auf den absteigenden knoten zu machen damit locke ich die zahl ein dann sehe ich auch für das manöver gleich eine prognose von dem was passieren wird dann klicke ich auf den aufsteigenden knoten wie gesagt kann man auch andersrum machen kommt immer noch an wo ihr gerade seid mach mein manöver hier rein so und jetzt sehe ich ja wenn ich die dinger so knapp übereinander bringe sehe ich ja wenn ich hier lang fliege ach mensch ich müsste eigentlich weiter nach unten fliegen das heißt ich ziehe jetzt nach unten könnt aber rumprobieren und herprobieren letzten endes seht ihr es an der zahl die ich vorher eingeloggt habe wenn ich jetzt hier ziehe wird diese zahl kleiner und wir wollen das auf 0,0 bringen 0,1 oder 0,2 ist auch völlig in ordnung aber 0,0 ist natürlich so das maß der dinge dann sind wir auf der exakt gleichen inklusion und können an jeder stelle minimus sauber treffen das wird dann natürlich wichtig für den flug nach minimus dafür kriegen wir manöver auch hier wieder ein blauer pfeil der uns zeigt in welche richtung das geht das ganze kostet uns je nachdem wie hoch euer orbit ist ungefähr 220 230 delta wie ist euer orbit höher wird das hier weniger je weiter wir uns aus der schwerkraft raus bewegen von minimus von minimus gott von körben natürlich dann umso weniger delta wie müssen wir ausgeben so wir haben hier gar nicht mehr so viel zeit bis dahin eine minute 20 trotzdem nutze ich jetzt mal zum nächsten manöver vorspulen und dann fliegen wir unser manöver gleich sobald er uns hier raus lässt um sauber dafür zu sorgen dass wir schon mal die inclination gerade haben und dann kommt der zweite teil des manövers und das ist der gravierende unterschied beim flug von körben nach minimus verglichen zum flug von körben zum moon dass ihr diese inclination mit beachten müsst bei moon ist es selbst wenn ihr nicht ganz sauber startet und irgendwie null komma und ein bisschen abweicht relativ okay aber im regelfall habt ihr je nachdem wie ihr so startet zwischen vier bis sieben grad abweichung zu minimus und da minimus selber auch eine relativ geringe schwerkraft hat es ist dann sehr schwierig ein encounter zu erreichen also ihnen so zu treffen dass er einen mit der schwerkraft auch wirklich einfängt und deshalb lohnt es sich dieses manöver zu machen weil damit der treffer einfach sehr viel leichter wird das geht auch alles wie gesagt ein bisschen anders aber das ist deutlich aufwendiger und ein bisschen mehr gefummelt so wir zünden jetzt einfach hier unser manöver was ich vorhin sagte mit wir fliegen mit dieser stufe dann noch komplett zu minimus raus das wird nicht ganz passen weil ich natürlich sehr verschwenderisch gerade im start mit meinem sprit umgegangen bin durch dieses nach pitchen und durch die atmosphäre gehen aber das ist auch kein problem wir haben in der oberstufe genug sprit drin um den rest noch zu machen delta wie mäßig ist es sehr sehr ähnlich zum flug nach also in richtung moon wir brauchen so ungefähr 900 meter pro sekunde delta wie um zu minimus raus zu kommen minimal mehr als zum moon raus aber ihr habt das vielleicht auch schon mitbekommen als ihr zum moon raus geflogen seid so den letzten teil den man sich raus drückt da macht man mit sehr viel delta wie sehr viel strecke ich zeige euch das jetzt mal bei der planung des manövers da sieht man das auch noch mal ganz gut und deshalb ist die differenz gar nicht mehr so groß so ich suche mir jetzt mal eine stelle aus also was ich mit dem groben daumen mal mache ist so ungefähr zu gucken also ungefähr haben wir so die umlaufbahn halb viertel ein bisschen vorm viertel zu gehen das reicht eigentlich meistens um relativ nah heranzukommen und jetzt noch mal um das zu zeigen ein großteil der delta wie passiert erstmal ganz wenig mit dem mit dem kurs und dann auf den letzten delta wie jetzt seht ihr jetzt sind wir schon beim moon da haben wir aber auch schon 800 ausgegeben also wir kommen jetzt gleich über die moon umlaufbahn und jetzt packen wir noch mal ein bisschen was drauf und siehe da wir haben ihn fast getroffen den mimos wundervoll sehr schön unser erster treffer direkt geschafft wenn das nicht klappt dann gilt natürlich wie immer spielt ein bisschen rum mit dem kurs korrigiert ihn ein stück weit aber wir haben jetzt direkt einen schönen treffer erreicht für 897 meter pro sekunde das ist echt okay und ihr seht hier es reicht ganz knapp nicht um das mit unserem jetzigen triebwerk zu ende zu fliegen ist aber alles kein drama das können wir natürlich mit der oberstufe oder mit dem lander selber fliegen der hat noch 3042 delta wie damit kommen wir noch ein stück weit und wir brauchen wirklich nicht viel um auf minimus irgendwelche korrekturen zu fliegen oder zu landen so jetzt kommt wieder der part des manövers wir wollen natürlich zum nächsten manöver und dort wollen wir relativ exakt rechtläufig beziehungsweise pro grade gehen ihr seht der blaue penübel also euer manöver marker ist ziemlich in der nähe des pro grades richtet euch aber trotzdem wenn das manövers vorgibt auf das manöver aus weil der pro grade marker gilt erst exakt in der mitte des manövers und da sind wir eben noch nicht ganz wir starten ja etwas etwas vorher denn wir haben insgesamt eine minute und 18 die wir jetzt brennen müssen da wir sehr effiziente triebwerke haben die allerdings nicht über so eine hohe leistung verfügen das jetzt alles auf den punkt genau zu brennen was ich benutze ist ja hier das pudel und hier oben das terrier triebwerk als unsere beiden varianten die beide relativ effizient sind aber für ihre größe nicht unbedingt die stärksten gut ich zünde wieder direkt auf voll schub das könnt ihr allerdings immer auch mit mit shift langsam hochfahren also ich mache jetzt mal genau ich mache jetzt mal das gegenstück das hier was ich jetzt tue ist auch völlig okay sagen ich fahre ganz gemächlich mit shift den schub hoch denkt nur daran dass er dann vielleicht so zwei sekunden vor der zündung anfangen das zu tun weil er natürlich nicht sofort auf voll schub geht sondern einen kurzen moment braucht bis das triebwerk anfängt seine volle leistung zu entfalten also ist auch völlig völlig in ordnung wenn euch das mehr gefällt macht es einfach denkt einfach nur daran dass es euch ein zwei sekunden kostet und das ganze ist keine super exakte wissenschaft also gerade bei den sachen ihr könnt immer mit kurs korrigieren wir werden heute auch ganz explizit im anflug eine mit kurs correction machen weil ich euch gerne noch mal zeigen möchte wie ihr dann relativ effizient unterwegs das gilt bei allen anderen anflügen wie beim moon auch noch mal unterwegs korrigieren könnt wenn ihr zu hoch oder zu tief oder schief oder sowas in den orbit einfliegt und da kann man auf dem weg dorthin mit kurs heißt deswegen mit kurs correction weil sie in der mitte des kurse stattfindet noch mal dafür sorgen könnt dass sie ganz gut ankommt das ist auch in der normalen raumfahrt gang und gäbe und war zum beispiel bei den apollo mission auch so so wenn ihr dann gleich triebwerk ausgebrannt habt dann natürlich einmal durch stagen und den rest machen wir mit unserem kleinen triebwerk und ich gucke jetzt mal ganz bewusst nicht auf die karte das darf ruhig ein bisschen abweichen alles ist super und dann machen wir hier gleich aus ich versuche jetzt mal so gut wie es geht auf null zu kommen sehr schön so und jetzt überraschen wir uns doch mal damit wie es aussieht wir sind in der nähe vom minmus und haben eine peri habs ist von 591 1000 metern also 591 kilometer höhe und jetzt werden wir die zeit einfach nutzen also ihr seht auch um euch mal zu erklären was hier mit dem kurs eigentlich passiert wir fliegen raus haben ein flyby bei minimus und was uns jetzt prognostiziert ist wenn wir jetzt nichts tun würden würde er uns wieder rausschleudern das ist jetzt hier diese lilane linie würde uns auf 178 kilometern höhe an körben vorbeiführen dann würden wir in 18 tagen dem mun hier begegnen würden ein swing bei in 1,7 millionen metern also 1750 eben was da 1750 kilometern höhe am mun machen der uns ein bisschen ein bremst und uns dann quasi zurück nach körben fallen ist also dass wir das sind so diese komischen bunten kreise wenn ihr euch fragt was hier eigentlich gerade passiert das sind einfach nur die prognosen für wenn wir jetzt nichts tun würden ist also alles gut deshalb planen wir jetzt eine sogenannte mit kurs correction die planen wir hier zwischen irgendwo mittig zwischen moon und minimus reicht uns das aus achte jetzt mal hier wenn ihr die ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten platziert ist das völlig egal ich habe das manöver jetzt schon mal angelegt jetzt was ich jetzt mache ist auf minmus klicken an sich zentrieren jetzt sehe ich hier nämlich mein kurs am minmus vorbei später und jetzt kann ich hinten mein manöver wieder aufklicken und ihr könnt natürlich auch immer hier unten arbeiten ich habe mich sehr daran gewöhnt hier zu arbeiten aber ihr habt hier immer auch die möglichkeit zahlen natürlich einzutragen oder hier mit zu arbeiten wenn ihr irgendwie was hier nicht gut trefft oder sowas ne also ich mache es jetzt mal einmal das ist nicht so mein spezialgebiet weil ich mich an das arbeiten hier mit sehr gewöhnt habe aber um es euch einfach mal zu zeigen dass es geht so warum mache ich jetzt was also wir haben ja hier einen kurs der bringt uns so am am minmus vorbei und diese kurve ist im prinzip genau das was hier passiert so was wir jetzt mal probieren können ist mit radial in und radial out das ist quasi eine bewegung hier sieht man es ja auch ganz schön da lang oder da lang unseres kurses zu gucken ob das ein einfluss darauf hat wie wir am minmus vorbei fliegen ich logge mal mit rechtsklick das hier ein dass wir sehen wie die prognose aussieht und ihr seht wenn wir hier ziehen passiert das in die richtung und wenn ich hier ziehe passiert etwas in in die andere richtung jetzt muss man hier ein bisschen vorsichtig sein je mehr man hier macht umso schlimmer wird es das könnt ihr auch immer mit dem mausrad machen so wie man das hier kann kann man das hier auch also mit der maus drüber gehen jetzt drehe ich ganz langsam mein mausrad in die beiden richtungen damit kann ich sehr sehr fein dosieren was da passiert so und jetzt können wir sagen ach mensch super wir gehen jetzt erstmal in nen vorbeiflug von 33 km höhe das sieht doch schon ein bisschen anders aus und damit haben wir jetzt quasi so ein manöver für unterwegs bei dem wir nochmal 22 meter pro sekunde rennen lasst euch nicht verwirren von all den dingen die jetzt hier passieren das sind jetzt die ganzen unterschiedlichen dinge also das hat natürlich auch wieder auswirkungen darauf wie wir vorbeifliegen dann würden wir hier wieder ein vorbeiflug am moon kriegen und wahrscheinlich sogar im moment auf den moon drauf fallen ne nicht ganz 1116 km dann würden wir uns hier hoch ist alles egal das passiert nachher nicht weil wir bremsen uns ja in den minmus orbit von daher machen wir jetzt einfach auf unserem kurs und euer aktueller kurs ist immer diese blaue solide linie da könnt ihr hinklicken oder auf die braun gestrichelt das ist immer euer aktuelles geplantes manöver zum nächsten manöver vorspulen dann bringt er euch da locker flockig hin seht unser raumschiffchen ist ganz geschmeidig unterwegs und jetzt werden wir uns da einmal hindrehen wo der blaue pfeil hin zeigt und werden ganz ganz gemütlich unser manöver feuern und zwar in 48 sekunden da mache ich gerade noch mal ein bisschen den zeitraffer an damit das ein bisschen schneller geht und fahre jetzt auch wieder ganz bewusst mit shift nur das triebwerk hoch und ich fahre es gar nicht auf volle last weil wir sind jetzt in einem bereich unterwegs wo wir sehr wenig schubnormen geben und die zeitliche komponente dass das auf die sekunde genau passiert nicht mehr ganz so wichtig ist der exaktheitsgrad in dem wir das manöver fliegen aber umso mehr mache ich jetzt mal zu und jetzt können wir uns auf der karte mal angucken was jetzt dabei rum gekommen ist wir sind jetzt auf 38 km höhe das ist für mich völlig in ordnung das akzeptiere ich und damit gucken wir jetzt mal dass wir uns weiter in richtung unserer aufträge bewegen unsere aufträge bewegen nämlich auf minimus zu landen eine flagge aufzustellen wissenschaftliche daten zu holen und 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 dafür sollten wir als allererstes mal hier hin fliegen hier wollen wir nämlich bremsen ich plane jetzt schon mal das manöver ich klicke auf die periapsis das ist unser engster vorbeiflug aber es ist halt nur ein vorbeiflug und wie beim moon auch müssen wir jetzt wieder unser bremsmanöver einleiten also wir können wieder hier ziehen wir können natürlich auch hier ziehen wir können natürlich auch hier zahlen eingeben ich mache jetzt mal meinen präferierten weg das ist hier ziehen und das macht ihr so lange bis und jetzt passt mal auf es gibt so diesen magischen punkt wieder da flippen periapsis und apoapsis rum und an dem punkt sind die ungefähr auf gleicher höhe oft also hier sind es jetzt auch 38,6 zu 38,0 wenn der flip beginnt könnt ihr einfach aufhören zu ziehen und dann kommt wieder das gleiche spiel wir haben eine schubzeit von 32 sekunden und wir können jetzt einfach auf unseren prognostizierten kurs oder auf diesen jetzt nehme ich mal zur abwechslung diesen dann zum nächsten manöver vorspulen und dann können wir zugucken wie an irgendeiner stelle mal gucken ob wir ihn finden da ist Körben da ist der Moon dann muss hier hinten irgendwo Minmus kommen oh nein noch drei Tage den sehen wir noch gar nicht da ist der Moon auf jeden Fall seht ihr ihn fliegen um Körben herum ja schön da kommt Minmus jetzt auch groß genug dass wir was mitbekommen und dann sind wir auch schon neben ihm können retrograd oder rückläufig gehen und den Rest noch ganz knapp nachjustieren das ist jetzt wirklich relativ exakt mit dem Manöver und dann haben wir schon die Möglichkeit uns wieder einzubremsen und jetzt werden auch diese ganzen Prognosen die wir haben seht ihr verschwinden jetzt wieder weil wir jetzt natürlich nicht mehr die Umlaufbahn von Minmus gleich verlassen werden sondern wir werden uns jetzt hier einbremsen und dann sieht das alles auch wieder ein bisschen aufgeräumter aus und nicht mehr ganz so verwirrend wie es bisher war guckt bei dem Raumschiff immer auch mal wieder auf den elektrischen Strom und wenn ihr merkt ja wirklich dann dreht euch mit der Kappe wo die Solarzellen drauf sind in Richtung Sonne wir haben jetzt noch keine Solarpaneele die ausgefahren werden deshalb nutzt das und dreht die Kiste sonst mal um so ansonsten kommt jetzt hier wieder unser Schub in wenigen Sekunden und der bremst uns in den Orbit ein und nachdem wir das geschafft haben kommt jetzt eigentlich dann schon die Wahl unserer Landestelle und das machen wir heute auf jeden Fall noch in dieser Folge und ihr seht unter uns schon so ein bisschen das ganze Hügelige und ihr seht diese flachen Becken meine persönliche Präferenz also später wollt ihr natürlich auch andere Biome erforschen aber meine persönliche Präferenz sind immer diese großen flachen Flächen für den Anfang die kann ich sehr empfehlen die sind sehr einfach zum Landen das ist wirklich als ob ihr auf einem Supermarktparkplatz eigentlich unterwegs seid das sind exakt die sind exakt auf 0 Meter also das ist nautisches 0 für Minmus und sie sind halt wirklich glatt ihr werdet dort nicht eine Bodenwelle finden ihr könnt da mit dem Schlitten lang fahren im Zweifelsfall also wenn ihr das erste Mal auf Minmus landet und noch nicht so viel Erfahrung mit Landung auch in niedriger Gravitation habt kann ich immer sehr empfehlen fangt erstmal auf diesen flachen Flächen an und wenn ihr dann noch genug Sprit habt könnt ihr zum Beispiel so einen kleinen Hüpfer auf die Unebenheiten raus machen es ist sehr viel einfacher als auf den Mond zu landen eben aufgrund der niedrigen Gravitation aber es hat eben auch so seine Vor- und Nachteile seine Typen wenn die Gravitation sehr niedrig ist zum Beispiel wenn man sehr schnell aufschlägt also eine 5-6 Meter pro Sekunde Landung sorgt im Regelfall auch dafür dass man erstmal nicht stehen bleibt sondern halt einfach wie so ein Flummi abprallt und wieder hoch springt von daher sollte man das nicht unterschätzen so wir haben das Manöver jetzt Pi mal Daumen fertig im Großen und Ganzen reicht es auf jeden Fall und wir machen jetzt einfach einmal das Triebwerk aus und das Manöver zu und jetzt können wir zu unserer Landeplanung kommen und meine Empfehlung ist wie gesagt sucht euch eine Stelle wo ihr über so eine große flache Fläche rüberkommt und auf Minmus können wir relativ aggressiv bremsen und ich mache das jetzt auch wirklich mal ich bremse sehr aggressiv runter und peile einfach direkt eine große Fläche an ich korrigiere das so ein bisschen nach unten dass wir sehr viel Spielraum nach vorne und hinten haben das könnt ihr gerne auch an der Stelle tun wo ihr noch mehr Zeit habt als ich aber das ist es eigentlich schon das kann man auch ein Orbit später tun und dann bremst ihr das einfach einmal runter ihr seht jetzt hier das erste Mal auch was ich meinte mit macht euch keine Sorgen ihr habt mehr als genug Delta V zur Verfügung für Minmus auf Minmus kostet das alles nicht viel denn Minmus hat wirklich eine sehr sehr geringe Schwerkraft das gucken wir uns nächste Folge dann gleich noch an wenn wir unten sind und jetzt leiten wir einfach erstmal unsere Landung ein indem wir dieses Manöver runter brennen und gucken dass unser prognostizierter Kurs uns hier nach unten trägt wir haben jetzt 10 Minuten Zeit bis die Schwerkraft uns hier runter getragen hat und was wir da dann machen das ist in der nächsten Folge das Thema bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen mein Name ist Robert und Tschüss Tschüss Musik 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 Vielen Dank.